Wie diese kleine Tasche hier zu einem Bolster-Kissen wird, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Tobi und zusammen mit meinem tollen Team aus Yoga-Experten und Sportlern habe ich dieses auflastbare Bolster-Kissen entwickelt. Es ist extrem klein, leicht und aus nachhaltigen Materialien entwickelt. Und das Schöne ist, du kannst damit wahnsinnig viele Übungen machen, effizient trainieren, deine Yoga-Dehnungsübungen sauberer durchführen und vor allem aber auch einfach nur entspannen. In wenigen Sekunden ist es aufgeblasen, du brauchst keine Pumpe und du kannst es von überall aus sehr einfach machen. Auf dem Link hier unten erfährst du, wann du es wo bekommen kannst. Wir starten bald unsere Crowdfunding-Kampagne. Wir freuen uns auf deine Unterstützung. Vielen Dank schon mal.